Das gefilmte Interview heute mit Franziska Wiese. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich auch da sein kann. Danke, Silke. Dein zweiter Besuch hier bei Radio Schlagerparadies. Und das hat natürlich auch einen Grund. Du hast ein neues Album. Alles Weiß heißt das. Ja, erzähl doch einfach mal, warum das so heißt. Das Album heißt so, weil es ist ja ein zweites Album und man fängt ja immer neu an. Etwas aufzuschreiben und man überlegt, in welche Richtung gehen wir denn? Und dann ist es wie ein weißes Blatt Papier, was vor einem liegt und man fängt an zu schreiben, wie eine Geschichte. Und es ist auch der Titelsong, der so diesen Namen trägt, Alles Weiß. Und der beschreibt eine Art Neugeburt, ein Neubeginn, wie wir auch dieses Album sehen. Eine Art Neubeginn? Ich habe mir so das Cover angeguckt. Also das Cover wirkt jetzt schon ein bisschen erwachsener, kann man sagen. Es ist ja auch irgendwie extrem sexy. Darf ich jetzt einfach mal so sagen? Ja, wie hast du dich denn beim Shooting da überhaupt gefühlt? Weil innen drin sind auch so ein paar Fotos, die in die Richtung gehen. Ich habe mich wohl gefühlt. Also ich muss dazu sagen, ich war drei Tage mit der Stylistin in Berlin unterwegs, um Outfits auszusuchen. Und da hatte er ja Mitspracherecht. Und wir wussten ungefähr, in welche Richtung es gehen sollte. Und jemand hat eben auch gesagt, ja, zieh mal ein Männerhemd an oder wäre das möglich? Dann habe ich gesagt, ja klar, toll, das Männerhemd sieht immer gut aus. Ich habe mich dann auch von allein so dahin gesetzt, wie es war. Also ehrlich gesagt habe ich mich sogar in diesem Männerhemd am wohlsten gefühlt, weil es hat nicht gezwickt. Das sitzt locker. Aber man musste auch gucken, dass da nicht zu viel rausfällt. Obwohl jetzt bei mir nicht so viel da ist. Rausfallen. Ja, und ansonsten eben so die Outfits habe ich alle mit ausgesucht. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze durchzublättern. Also das muss man auf jeden Fall machen. Wenn man das Album dann in die Hand nimmt, das ist auch wirklich ein Grund, das Album zu kaufen und nicht einfach runterzuladen. Wie siehst du das denn? Also bist du auch so ein Mensch, der CDs kauft noch? Ich bin zumindest ein Mensch, der Booklets mag. Und wenn ich wirklich interessiert bin an der Musik und auch daran, was sind das für Texte, wer hat, gerade ich als Autorin bin, sehr interessiert daran, wer hat denn den Song mitgeschrieben oder produziert und das steht halt im Booklet immer alles drin und meist nicht so auf irgendwelchen Online-Portalen. Und von daher lohnt es sich schon, sich das anzuschauen und das ist halt was, was man gut verschenken kann, besser als einen Download. Und ich finde, das gute alte CD-Regal darf einfach in der Wohnung nicht fehlen. Du hast mir jetzt gerade ein Stichwort gegeben, Texte schreiben und wer hat die Texte geschrieben und wer hat daran mitgearbeitet? Ein Name fällt natürlich bei dir wieder ganz, ganz viel auf. Das ist natürlich auch wieder André Stade, aber nicht mehr ganz so viel wie beim ersten Album. Also ist das für dich auch so eine Art Weiterentwicklung, auch mit anderen ein bisschen zusammenzuarbeiten? Ja genau, also ich bin sehr froh, dass wir mit einem anderen Produzententeam noch jemanden gefunden haben, der mit mir zusammenarbeiten wollte. Und also welche, die mit mir zusammenarbeiten wollten, das sind ja mehrere. Und darauf gekommen sind wir eigentlich durch Alexander Rebak, mit dem ich ja auch ein Duett aufgenommen habe, also Fairytale und daraufhin ja nochmal die Solo-Version Märchen. Und das wurde dort aufgenommen und dort produziert. Und mit denen habe ich noch zwei weitere Songs auch geschrieben und eben von denen produzieren lassen. Die sind mit drauf und ansonsten bleibt trotzdem André Stade mit acht Songs. Und das ist der Hauptproduzent des Albums. Also Never Change a Winning Team. Und trotzdem eine Weiterentwicklung. Und trotzdem die Weiterentwicklung, genau. Also das wollten wir ja auch machen, noch etwas zu schauen, was ist da noch möglich. Neue Inspirationen suchen. Ich schreibe auch gern mit anderen Menschen zusammen, um einfach nochmal einen anderen Wind, eine andere Sichtweise mit in die Musik hineinfließen zu lassen. Und das haben wir getan. Und man hört es, dass sich jetzt das Album einfach ein bisschen poppiger anhört, ein bisschen dance-lastiger. Und das ist auch gut so. Mir gefällt es. Bei dir ist natürlich auch immer ganz, ganz wichtig, die Geige. Also die darf wirklich in gar keinem Titel fehlen. Ich vermisse sie so ein bisschen. Hast du sie überhaupt dabei? Ich habe sie dabei, ja. Die ist unten im Auto. Aber du gehst nie ohne sie irgendwie weg, oder? Doch, auch schon. Ich meine, man muss sich ja auch überlegen, wo sie, ja, ist sie sicher da, wo ich sie mit hinnehme. Und vor allen Dingen ja jetzt auch im Winter oder so, wenn es draußen zu kalt ist, ist es nicht so gut fürs Instrument. Im Flugzeug passieren auch manchmal Dinge, es ist jetzt letztens erst passiert, dass sich was verzogen hat oder durch den Druck. Ja, da muss ich noch viel dazulernen, dass ich da ein bisschen besser aufpasse. Auf dem Album sind natürlich ganz viele verschiedene Titel drauf. Und ich habe so einen persönlichen Lieblingssong, Sag meinem Herzen, heißt er. Welcher ist denn dein Lieblingssong? Oh, ich habe noch gar keinen so richtigen Lieblingssong, weil, ja, weil ich die Songs ja nicht zum ersten Mal höre und mir dann einen auspicken kann. Ich finde gerade meine aktuelle Single Ich tanze im Regen toll. Und unser Orchester spielt nicht mehr als traurige Abschiedsballade. Ich tanze im Regen ist die aktuelle Single, hast du jetzt gerade angesprochen. Das Video hatte jetzt ja gerade auch Premiere. Ich habe das so gesehen, da ist im Schwimmbad gedreht worden, aber auch im Theater. Aber jetzt zum Thema Schwimmbad, du hast ein Regenponcho an, aber irgendwie, ich tanze im Regen. Und wo ist denn der Regen bei dem Video? Ja, vielleicht kann man das einfach, also es war technisch nicht ganz umsetzbar, so wie wir uns das vielleicht vorgestellt hatten. Aber es ist auch weiter gar nicht schlimm, weil ich finde, letztendlich ist es ja ein Symbol der Regen. Also man sagt ja nur, ich tanze im Regen, weil man sich die Sorgen wegtanzt. Und ja, wahrscheinlich hat einfach an diesem Tag nur die Sonne geschienen. Du hast jetzt gerade eben noch den Titel Orchester angesprochen. Übrigens auch den ganzen Tag draußen schien wirklich die Sonne, wollte ich noch sagen. Und bei mir ist es so, ich darf mich schnell unterbrechen, als wir vor zwei Jahren meine Musikvideos Miramar und Ich bin frei gedreht haben. Wir waren auf Mallorca und es hat geregnet. Ja, und wir wollten die Sonne haben. Gut, bei Miramar nicht, aber bei Ich bin frei. Wir hatten auf Mallorca irgendwie 16 Grad. Meine Haare waren gekräuselt. Und es war hohe Luftfeuchtigkeit. Wir mussten wirklich die Augenblicke ohne Regen abwarten. Und wir drehen in Wünsdorf bei Berlin, ja, in dem quasi, in einer verlassenen Stadt, drehen wir Ich-Tanz-im-Regen und drinnen, ja, in den Ruinen quasi. Und draußen scheint die Sonne. Und es war drinnen so kalt, dass einige krank geworden sind sogar nach dem Dreh. Und draußen waren es irgendwie 30 Grad. Ja, immer das, was man gerade nicht braucht, hat man dann. Die Geschichte musste erzählt werden, demnächst. Ich hoffe, sie war unterhaltsam. Auf jeden Fall. Ja, unser Orchester spielt nicht mehr, hast du jetzt gerade eben noch angesprochen als Ballade. Ja, jetzt so zum Abschluss. Balladen sind dir aber auch wichtig noch, oder? Ja, ich habe zwei Balladen drauf auf dem Album. Ich bin ein Balladenmöger. Ja, ich mag Balladen einfach sehr gern hören, weil man auch einfach eine gewisse Ruhe bekommt durchs Zuhören. Und ja, einfach ein bisschen mehr drüber, also noch mehr, also ich persönlich höre noch mehr auf den Text bei einer Ballade. Und deshalb bin ich auch froh, dass ich dann unser Orchester spielt nicht mehr halt auch komplett schreiben durfte, textlich. Die vielseitig Franziska Wiese ist das, hört man jetzt definitiv auf dem Album. Also das kann man absolut empfehlen. Es ist sehr, sehr vielseitig. Alles weiß heißt es und es ist frisch rausgekommen. Vielen Dank für das Interview. Ich danke dir. Dankeschön. Ich freue mich. Aufs Album.